ich hab dem nos gegeben und der hat nicht getroffen auf die entfernung nein jetzt hätte ich ihn oh mein gott was mache ich gerade mit denen ich schwöre bruder ich fick ja ein nach der andere gerade was ist hier los niggah was oh go ahead, go ahead, go ahead links Der steht links und der andere rechts, Dicke, ja. Klipp da, Dicke! Klipp da, Dicke! Ha! Hä? Oh! Drop it! Werdet ihr die ganzen Lobbys vernichten, zerstören. Ich schwöre, keiner hat den Bock gegen mich zu spielen. Keiner! Ich schwöre von den Gegnern, die wurden alle demoliert. Am Ende kriegt ihr auch noch einen Screenshot, wie ich sie spiele. Also bleibt bis zum Ende dran, denn das ist die beste MV2-Sniper zurzeit. Es ist eine DMR, aber... Egal, es ist bodenlos, wie geil sie sich spielt. Also viel Spaß mit diesem Video. Wenn du neu bist, lass ein Like und ein Abo da. Du unterstützt einen Content-Creator, der Gas gibt. Peace! Dann fährt ich rein... Nein! Oh, God! Oh, no! Du gehst zu... Was ist das für ein Ding, Digga? Das pfeffert alles weg. Oh. Geht jetzt so ein Turn-On von mir bekommen. Holy shit, Mann. Roland ist gecheckt, Digga. Richtig dumm. Banane. Richtig dumm. Banane. 3-Headshot direkt gemacht. Jungs, was ist hier gerade passiert? Nehmen wir Go, nehmen wir Go, nehmen wir Go. Banane, Banane, Banane. Was mach ich jetzt? Oh. Man, alle da. Aber in diesem hässlichen Treppen-Headglitch. Deswegen fand ich vom Grundgedanke die Autobahn gar nicht mal so schlecht. Vom Grundgedanke, ne? Ja. Oh. Digga, was hab ich da gerade gemacht? Hat sich das gut angefühlt, Junge. Das Sniping hier in dem Game. Holy moly. Er kommt mir mit einer Dive-Roll entgegen. Die Sprung, Junge. Was ist mit ihm? Oh nein. Nein. Wo ist das? Das tut mir so leid. Nein, Digga. Das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Das ist all gut. Aber ich war gerade in der Hill drinnen. Das war so gerne. Für die Gegner aber natürlich. Zack, der nicht. Ja, wieso? Treffen die... Verarsch mich doch nicht. Banane Oh, go ahead Go ahead ich war die Banane, ich bin die Banane mit welcher Sniper spiel let me go scheisse oh ich hab miese blind bekommen headshot oh, not bad auch mal aufräumen auch mal aufräumen Leute und tschuss gris, let me go gris was war denn gris ja nochmal, nochmal let's go, let's go mit geschützt und das ist ein wenig das leggo, leggo nein, digga war headshot, ne digga, ich war headshot